Musik Startnummer 09, Golfclub Gutmur-Stetten, Loch 5, Paar 3. Musik Stephanie präsentiert das Loch Nummer 5. Was ist die Besonderheit daran? Ja, man sieht schon hier am Abschlag den wunderschönen Ausblick über den See hier im Golfclub Gutmur-Stetten. Und natürlich ist es ein relativ kurzes Paar 3, aber trotzdem sehr anspruchsvoll, weil vor allem für die Amateure ist es natürlich schwierig, den Abschlag direkt aufs Grün zu pflegen. Und man sieht, es schließt wirklich das Wasser mit dem Grün ab. Musik Angelangt am Grün, gibt es welche Besonderheiten? Man sieht auch hier ein wunderschöner Ausblick auf diesem Halbinselgrün. Und wenn man es einmal hierher geschafft hat, sind die meisten Amateure schon sehr froh. Und wie gesagt, das ist die größte Schwierigkeit auf einem Bad Reit, dass man es mit dem ersten Schlag erreicht. Und natürlich, die Gefahr lauert im Wasser und davor haben die meisten große Angst. Musik 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 Stephanie, fühlst du dich wohl hier in Moorstetten? Man sieht eine tolle Atmosphäre, hier kann man sich nur wohlfühlen. Auch das Essen im Restaurant ist ausgezeichnet. Für mich bietet es sich natürlich die Trainingsanlage hier an. Und ich denke, der Golfplatz ist für jeden eine Herausforderung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020